Willkommen zu einer neuen Folge von Video-Requests. Zeit ist Geld! Heute ist der erste Bonbonangriff von dem Event Liebe liegt in der Luft. Hierzu müssen wir jetzt 10 Leute mit Schokoladenproben bewerfen. Bleibt sauber! Und jetzt einfach 10 Mitspieler bewerfen. Einfach anklicken. Werfen? War nicht so leicht, noch jemand zu finden, der noch nicht beworben wurde. Ich glaube, das geht sogar bei Wachen. Ja. Also, wie ihr seht, können wir sogar Wachen bewerfen. Das macht das Ganze etwas einfacher. Ihr kennt Spieler oder auch Figuren daran, dass sie schon beworfen wurden. Dass sie ein Herbst über dem Kopf haben. Was braucht ihr? Da! Nur nicht so schüchtern! Zeit ist Geld! Hier, der Koblen will bestimmt auch was. So, noch einen, dann haben wir es. Der kommt weg. Aber das ist ja noch jemand. Schnell bewerfen. So, jetzt haben wir 10. Und können die Quest wieder abgeben. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Quest. Hey! Wie geht's euch so? So lange man noch Leute findet. Schönen Tag auf! Die man bewerfen kann! Wie ihr seht, habe ich auch gerade ein Level Up auf Level 13. Pfff! Ne, nicht so 13. Doch, Level 13 gemacht. Okay, ich sag mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge von WRG. Danke! Tschüss!